Okay, eine Runde in Singapur. Durch die letzte Doppel-Links-Kurve geht es auf die neue Runde. Hier musst du also schön sauber rauskommen und etwas Kers einsetzen. Runter Richtung Kurve 1. Boxengasse links, Schilder rechts. Der Eingang ist holprig. Nimm hier viel von den Curbs, aber nicht so viel in der nächsten Rechtskurve. Hart nach links einlenken, schön langsam und achte auf die Traktion am Ausgang, damit die Räder nicht durchdrehen. Jetzt nach links ziehen, so nah wie möglich an die Curbs für eine optimale Einfahrt in Kurve 5. Jetzt ganz auf die Curbs, so dicht wie möglich an die Mauer, dann auf die längste Gerade der Strecke Richtung Kurve 7. Eine gute Überholmöglichkeit. Kurz vor dem 100-Meter-Schild über die Curbs und runter in den zweiten Gang. Nicht so viel Curbs am Ausgang, zieh nach links. Erster Gang, achte wieder auf die Traktion. Der Ausgang ist wellig. Zieh das Auto nach rechts und wieder nach links. Aggressiv über die Curbs, aber übertreib es nicht, sonst landest du rechts in der Mauer. Jetzt hart nach rechts, dann links. Achte am Ausgang auf die Traktion. Über die Brücke Richtung Kurve 13. Gerade anbremsen, runter in den zweiten Gang. Achte am Ausgang auf die Traktion. Fahre so dicht wie möglich rechts an die Leitplanke. Mit Kers geht es zur Kurve 14. Schön gerade anbremsen. Der Eingang ist holprig. Achte wieder auf die Traktion am Ausgang. Die Curbs können dich in die Mauer ziehen. Halt das Auto Richtung Kurve 16 so gerade wie möglich. Nicht zu schnell und sauber in Kurve 17. Diese Kurve ist schwierig. Beim Bremsen bleibt schnell das linke Vorderrad stehen. Vor der Tribüne ist die Strecke extrem rutschig. Soweit es geht über die Curbs, möglichst dicht an die Mauer. Nutze die inneren Curbs von Kurve 20, um die Linie zu halten und schön in Kurve 21 zu kommen. Halt dich jetzt rechts, bevor es in die letzte Doppel-Links geht. Verbrauche das letzte Kers. Das war eine Runde in Singapur. Das war eine Runde in Singapur.